Bevor ihr jetzt gleich das Video guckt, werde ich nochmal ganz kurz ein Disclaimer setzen. Und zwar ist das nicht meine realistische Morgenroutine. Klar, die Steps, die ich mache, sind alle so auch morgens in meiner Morgenroutine vorhanden. Aber viel, viel später und immer unter Zeitdruck. Normalerweise stehe ich eine Dreiviertelstunde später auf und habe den Stress meines Lebens. Und deshalb nehmt euch einfach kein absolutes Beispiel daran. Das werde ich nur einmal ganz kurz gesagt haben. Ich habe euch ganz sehr lieb und viel Spaß beim Angucken. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Es ist 6.04 Uhr. Ich bin so todmüde, ohne Witz wirklich. Ich habe 5 Stunden, 30 Minuten geschlafen, glaube ich. Ungefähr irgendwie so. Zwischenzeitlich bin ich auch nochmal aufgewacht. Es war so windig. Also erhosam war die Nacht jetzt nicht. Ähm, ja. Ich muss jetzt aufstehen. Ich kann nicht. Es ist jetzt 6.09 Uhr oder so. Ich bin gerade ins Bad gewatscht. Ich werde jetzt einmal ganz kurz meine Haare zusammenbinden. Dann putze ich meine Zähne und wasche mein Gesicht. Und dann gehen wir zurück in mein Zimmer. Mir ist richtig kalt. Ich habe nämlich einen kurzen Schlafanzug an. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber es ist zu kalt. Um mein Gesicht zu waschen, werde ich jetzt einfach dieses Waschgel benutzen. Normalerweise benutze ich morgens eigentlich kein Waschgel. Aber ich habe noch so viel Creme im Gesicht, dass das, glaube ich, allein mit Wasser nicht alles runter geht. Wir haben es jetzt tatsächlich 6.15 Uhr. Ich bin wieder zurück aus dem Bad. Und mir ist so kalt. Ich brauche jetzt ganz dringend was zum Anziehen. Ich habe mir allerdings schon gestern Abend überlegt, was ich heute anziehe. Das passiert sonst eigentlich auch nie. Und zwar werde ich als Hose einmal diese Leggings anziehen. Das ist so eine Sporthose von Nike. Dann werde ich dazu diesen braunen Pullover anziehen. Der ist von H&M. Den habe ich Margarete abgeknüpft. Und darunter ziehe ich dieses Obertail an von Pull&Bear. Einfach, weil es mir sonst viel zu kalt ist. Als nächstes käme ich jetzt erstmal ganz kurz meine Haare nochmal vernünftig durch. Und dann muss ich einmal ganz kurz überprüfen, wie fettig die sind. Ob ich die nochmal offen tragen kann oder eher nicht. Aber vom Gefühl her denke ich, die gehen auf alle Fälle nochmal offen. Ich habe das jetzt auch noch einmal ganz kurz geprüft. Und ich finde, das ist definitiv kein Drama. Und deshalb lasse ich meine Haare heute offen bzw. mache so einen Dopp dann einfach später, wenn die mich nerven. Und das ist jetzt gerade auch der Fall. Deswegen mache ich erstmal wieder einen Zopf kurz, damit ich mich in Ruhe schminken kann. Ich habe mir gestern eine Marten mit hochgenommen. Davon werde ich jetzt erstmal ganz kurz was trinken. Leben kann weiter gehen. Und bevor ich das später vergesse, ich werde mir jetzt erstmal schon mal O-Ringe reinklipsen. Und zwar nehme ich diese hier. Ich finde diese toll. Und die habe ich vor 100 Jahren bei dm gekauft. Und ich finde, die sehen so knuffig aus. Jetzt schon 6.26 Uhr. Normalerweise klingelt um die Uhrzeit irgendwie mein erster Weckhau oder so. Also ich bin bombastisch gut dran heute. Und ich fange jetzt erstmal an, mich zu schminken. Falls ihr irgendwie ein genaues Schmink-Tutorial oder sowas haben wollt, verlinke ich euch unten in der Infobox. Das habe ich vor zwei Wochen oder so hochgeladen. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit diesem Wandertag gut oder schlecht finden soll. Ich kann ganz okay Schlittschuh laufen. Also ich packe mich da jetzt nicht komplett weg, aber ich weiß nicht. Ich bin in der letzten Zeit auch so unsicher. Also egal, was ich mache, ich bin mir nicht sicher, ob es richtig oder falsch ist. Und das nervt mich so. Jetzt werde ich als nächstes meine Wimpern biegen. Als Mascara benutze ich diese hier. Das ist die Glamadol Volume Mascara Waterproof von Catrice. Achso und mein Concealer war übrigens der True Skin Concealer von Catrice. Bis jetzt bin ich tatsächlich auch gar nicht so müde, obwohl ich hier wirklich wenig geschlafen habe. Aber ich glaube, das kommt dann heute über den Tag verteilt auf alle Fälle noch. Aber warum mache ich mir jetzt keinen Kauf? Ich puliere jetzt mein Gesicht ab. Und ich habe momentan wirklich keine Videoideen. Die Videos, die ihr euch so gewünscht habt, aber also so Makeup Tutorials, Leakzopf Tutorials, Roomtour und sowas, das habe ich alles gepostet. Was wollt ihr sehen? Da bin ich gerade echt so ein bisschen ratlos. Ich weiß, ihr seid immer, ihr wollt meine Vlogs und so weiter und so fort. Und die kommen auch extrem gut an. Aber durch jeden Vlog, den ich quasi veröffentliche, kommt mehr und mehr aus meinem privaten Leben so ins Internet. Und irgendwann nimmt das halt überhand. Und da möchte ich echt ein bisschen drauf auffassen. Ich freue mich auch so krass auf den Sommer ohne Wiss. Dann werde ich wieder so viele Videoideen haben. Also wirklich in alle Hinweisrichtungen. Wir wissen tatsächlich auch gar nicht, ob wir dann heute nach der fünften Stunde gehen können oder ob wir bis zur sechsten da bleiben müssen. Weil als ob wir nicht einfach nach Hause fahren könnten. Nee, wir müssen nach dem Stittschul laufen wieder in die Schule. Richtig toll. Das leuchtet mir, um ehrlich zu sein, auch nicht ganz ein. Aber die wollen uns halt nicht irgendwie um 10.30 Uhr schon wieder nach Hause schicken. Letztes Mal haben ganz viele gefragt, wo ich diesen Vaseline-Stick herhabe. Der ist tatsächlich von Action. Aber das ist auf alle Fälle originale Vaseline. Weil hinten ist auch dieses Sein von Unilever drauf. Und das ist ja auch das Packaging davon. Jetzt benutze ich hier noch mein schönes Bodyspray von Playboy. Ich liebe das. Das habe ich mir in Erfurt gekauft, als ich bei meiner besten Freundin war. Das ist auch ein gutes Stichwort. Leno und ich kennen uns heute auch den Tag zwei Jahre. Zwei Jahre, das ist so heftig. Also es fühlt sich halt auch einfach nicht so an. Ich würde sagen, ich mache jetzt einmal nochmal meine Haare auf und gebe euch dann so einen kompletten Outfit-Check. Mein Make-up habe ich euch ja gerade eben schon gezeigt. Das finde ich super. Ich habe diesen coolen braunen Pulli an und dazu dann diese schwarzen Legings. Und natürlich meine Snoopy-Socken, wie sich das gehört. Und ja, das ist mein Fit für heute. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es in der Legings richtig kalt wird. Deshalb werde ich jetzt noch eine Jeans drüberziehen. Voll smart. Das hier ist das Outfit jetzt auf Anfälle mit der hellblauen Jeans. Und ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Was ich an unserer Küche wirklich über alles liebe. Das ist unser Fliesenspiegel. An dem klebt ihr gerade dran. Aber der ist so cool und der passt so gut in die Küche. Und ja, ich schneide jetzt hier gerade Äpfel zum Mitnehmen. Eigentlich wollte ich auch noch was frühstücken. Aber ich weiß nicht. Ich habe überhaupt keinen Hunger und auch keine Idee, was ich frühstücken soll. Deswegen nehme ich mir einfach was mit. Ich sitze jetzt hier auf meiner Treppe und ziehe meine tollen Sneaker an. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich auch gar keine Winterschuhe. Fand ich einfach überflüssig. Ich ziehe sowieso nur meine Sneaker an. Ich habe die Sneaker jetzt an. Und jetzt muss ich noch ganz gut meine Winterjacke holen. Wir haben es jetzt 7.13 Uhr. Ich bin gerade losgelaufen. Und das ist der größte Witz. Ich dachte, es wäre heller, aber es ist so zappenduster. Ich sehe nichts. Und hier sind irgendwie auch echt wenig Lateranen. Ich habe so Angst vor der Dunkelheit. Ich kann damit gar nicht umgehen. Und jetzt laufe ich hier alleine. Schön durchs Dunkle. Finde ich nicht so toll. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt schnell zum Bus komme. Weil das ist mir echt ein bisschen zu großartig hier. Und das Ding ist, ich würde normalerweise Musik hören. Aber ich habe Angst, dass ich meine Umgebung da nicht wahrnehme. Und ja, es ist mir ein bisschen, es ist mir ein bisschen zu Matsch. Und jetzt laufe ich hier lang. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst, wirklich ohne Witz. Ich hasse Dunkelheit. Ich bin halt auch so einig. Ich denke, jedes Auto will mich kidnappen. Das ist richtig, richtig schlimm. Oh, nee, ich will nicht. Freunde, der Sonne. Mittlerweile ist 23 Uhr abends. Ich bin todmüde. Aber der Tag heute war eigentlich total super. Und ich wollte das Video an der Stelle beenden. Falls ihr bis hierhin reingeblieben seid, lasst mir gerne diesen Emoji in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch alle ganz, sehr lieb. Danke fürs Eingucken. Und danke für die über 2200 Abonnenten. Das ist so unglaublich viel. Damit hätte ich niemals gerechnet. Also vielen Dank an jeden Einzelnen von euch.